Musik Für die meisten von uns ist es selbstverständlich. Wasserhahn auf und schon ist es da. Das Lebensmittel Nummer 1. Durchschnittlich verbrauchen die Salzburger im Jahr 12 bis 13 Millionen Kubikmeter Wasser. Umgerechnet sind das rund 120 Liter pro Person. Hinter jeder Wasserleitung braucht es eine funktionierende Infrastruktur, um jederzeit sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, perfektes Trinkwasser in Top-Qualität zu liefern. Die Salzburger AG betreibt das Wasserversorgungsnetz der Stadt Salzburg und einiger Umlandgemeinden. Hier betreiben wir zwei Grundwasserwerke, das Grundwasserwerk St. Leonhard und Glaneck, weiters fünf Quellgruppen am Rande der Stadt. Hochbehälter haben wir neun in der Stadt situiert, zwei Großbehälter davon am Kapuzinerberg und am Mönchsberg und neun Kleinbehälter am Rande der Stadt. Weiters werden rund 870 Kilometer Wasserleitung im Stadtgebiet betrieben. Wasserprobenentnehmer Josef Haslauer ist auf dem Weg ins Grundwasserwerk St. Leonhard, um hier die wöchentlichen Wasserproben für die Stadt Salzburg zu entnehmen und sie anschließend ins Wasserlabor zur Analyse zu bringen. Die Qualitätsüberprüfung wird regelmäßig an den Hochbehältern, der Wassergewinnungsstelle und beim Kunden im Netz durchgeführt. Wir befinden uns hier in einem der großen Grundwasserwerke der Salzburg AG, im Grundwasserwerk St. Leonhard. Das Grundwasserwerk St. Leonhard ist ein großer Horizontalfilterbrunnen mit einem rund 50 Meter tiefen Schacht, der in die grundwasserführenden Schichten führt. Von dort wird über drei Pumpen das Wasser zu Tage gefördert und in die Hochbehälter Kapuzinerberg und Mönchsberg gepumpt. Die Wasserentnahme aus diesem Grundwasserwerk ist behördlich reglementiert. Wir dürfen hier pro Sekunde 200 Liter entnehmen. Über das gesamte Jahr sind das rund 6 Millionen Kubikmeter, die vom Grundwasserwerk St. Leonhard für die Trinkwasserversorgung verwendet werden. Das Trinkwasser der Stadt Salzburg hat eine besonders hohe Qualität und es muss nur im Ausnahmefall desinfiziert werden. Wir versorgen die Kunden mit Grundwasser und Quellwasser. Das Grundwasser ist von so hoher Qualität, dass keine Aufbereitung erforderlich ist. Das sind rund 90 Prozent unseres Wassers, 10 Prozent unseres Wassers sind Quellwässer. Diese werden vorsorglich mit UV-Licht aufbereitet. Die Salzburger genießen reinstes Wasser im Überfluss und das auch in kritischen Zeiten. Die Salzburger AG verfügt über genügend Wasser. Wir haben unsere Wassergewinnungen auf mehrere Standorte verteilt, verfügen somit über mehrere Standbeine. Und somit kann auch in Trockenzeiten die Wasserversorgung ständig sicher gewährleistet werden. Hygiene steht bei der Arbeit mit Trinkwasser an oberster Stelle. Josef Haslauer entnimmt Proben zur Bestimmung der Grundparameter, Schwermetalle, Chemie, Sauerstoff sowie Proben für die mikrobiologische Untersuchung im Labor. Was nicht fehlen darf, ist natürlich auch eine Geschmacksprobe. Währenddessen führt Ludwig Steiger, der für das Salzburger Trinkwasser verantwortlich ist, in St. Leon hat die bauliche Kontrolle des Wasserwerkes durch. Wir sind von Seiten Wasserrechtsgesetz und der ÖNAMP 2539 verpflichtend, als Wasserversorger laufend Kontrollen durchzuführen. Wir kontrollieren hier die Rohrleitungen auf Dichtheit, die Betonstruktur, das Bauwerk auf Schäden. Sollten hier Mängel vorgefunden werden, können diese Mängel für das nächste Jahr bereits zur Reparatur berücksichtigt werden. Wir haben hier Rohrleitungen verbaut mit Übergangsstücken und Flanschen. Vor allem die Flanschen können rein der Rätische undicht werden. Hier müssen wir sämtliche Flanschen auf Undichtheit überprüfen und schauen, ob hier Wasseraustritte stattfinden. Nach der Kontrolle im Innenbereich wird das Gebäude auch außen auf etwaige Schäden überprüft. Währenddessen macht sich Josef Haslauer mit den Wasserproben auf den Weg ins Labor. Hier werden jährlich rund 7000 Wasserproben auf unterschiedlichste Parameter untersucht. Hier werden nicht nur interne Proben der Salzburger AG überprüft, sondern auch Gemeinden, Wassergenossenschaften, Private können hier ihre Wasserproben untersuchen lassen. Im Labor werden die Wasserproben erst in der EDV erfasst und nummeriert. Anschließend geht es für Sie per Lift nach oben ins Hauptlabor. Die Proben kommen hier rauf und werden hier verteilt. Da werden zum Beispiel hier am Titrator und mit der Photometrie die Parameter bestimmt, die auch schon vor Ort bestimmt worden sind. Zum Beispiel eine Leitfähigkeit, ein pH-Wert, der wird hier im Labor noch einmal kontrolliert. Ein anderer Teil der Proben kommt dann rüber in das mikrobiologische Labor und ein anderer Teil der Proben kommt hier auf diesen Tisch, wird dann für diese speziellen instrumentellen Untersuchungen vorbereitet und geht dann in die anderen Labors zu den einzelnen Geräten. Trinkwasser muss hygienisch einwandfrei sein. Deshalb bezieht sich der größte Teil der Proben auf mikrobiologische Untersuchungen. Man nimmt ein genau exaktes Volumen von 100 Millilitern oder 250 Millilitern, je nach Anforderung, filtriert diese Wasserprobe durch ein Filter mit einer Porengröße, die viel kleiner ist als die Bakterien. Das heißt, Bakterien bleiben auf diesem Filter hängen und dann gibt man diesen Filter auf ein spezifisches Nährmedium, das also für diese Art der Bakterien geeignet ist, das also einerseits Nährstoffe beinhaltet, dass diese Bakterien gut wachsen können, andererseits auch Hemmstoffe drinnen hat, dass zum Beispiel eine andere Bakterienart, die man mit dieser Methode nicht nachweisen will, gehemmt wird. Dann kommen diese Platten in einen Brutschrank und werden abhängig von der Untersuchung bei einer bestimmten Temperatur bebrütet. Ja, theoretisch, überall dort, wo ein Bakterium auf dem Filter hängen geblieben ist, vermehrt sich das dann. Und das vermehrt sich so lange und so viel, dass sie dann als sogenannte kleine Kolonien sichtbar sind. Daraus können dann Rückschlüsse gezogen werden, wie viele kolonienbildende Einheiten pro 100 Milliliter bestehen. Bis zu drei Tage dauert eine mikrobiologische Untersuchung. Wir wissen aber zum Beispiel schon nach 24 Stunden, ob zum Beispiel Escherichekolibakterien drinnen sind. Das heißt also, sollten wir nach 24 Stunden schon merken, dass irgendwas mit der Probe nicht stimmt, dann wird vorab schon an den Kunden oder in unserem Fall bei uns selber reagiert. Während die Wasserproben noch im Brutschrank sind, befindet sich Ludwig Steiger zur baulichen Kontrolle im Hochwasserbehälter Kapuzinerberg. Die bauliche Substanz, der Beton, die Wände werden jährlich kontrolliert. Hier ist es wichtig, dass die Betonwände dicht sind, dass kein Bergwasser in den Wasserbehälter hineingedrückt wird. Deshalb ist eine laufende Kontrolle erforderlich. Der Wasserverbrauch in der Stadt Salzburg schwankt im Lauf eines Tages enorm. Es gibt die sogenannte Morgenspitze, wo die Menschen aufstehen, frühstücken, sich waschen und viel Wasser verbrauchen. Diese Verbrauchsschwankungen können über Hochbehälter gedämpft werden. Die Besonderheit bei einem Hochbehälter ist, dass er sich in etwa 65 Meter über dem Stadtgebiet befindet. Und das ist genau dieser Wasserdruck, den der Kunde von uns geliefert bekommt. Rund 5 bis 6 Bar Wasserdruck. Beim Hochbehälter Kapuzinerberg handelt es sich um einen Leitwandbehälter in zwei Kavernen. Sprich, es befinden sich dort zwei Wasserbehälter, zwei Wasserkammern mit einer Länge von rund 100 Metern. Der Hochbehälter wird durch eine Wasserleitung gespeist vom Bereich des Grundwasserwerkes St. Leonhardt. Die Leitung führt bis hierher und direkt in die Wasserkammern. Und von der Wasserkammer führen dann weitere Leitungen als Verteilleitungen in das Stadtgebiet. Nach drei Tagen im Labor gibt es ein exzellentes Gutachten für unsere Wasserproben. Das Salzburger Trinkwasser hat natürlich beste Qualität. Das ist also besonders hier in der Stadt, wo wir 90 Prozent der Wasserversorgung mit den Grundwasserwerken betreiben, wo wir das Wasser völlig naturbelassen, so wie es am Fuße des Untersbergs gewonnen wird, an unsere Konsumenten abgeben mit bester Qualität. Sauberes Trinkwasser ist die weltweit wichtigste Ressource und in Salzburg im Überfluss vorhanden. Die hohe Qualität unseres Wassers und die Möglichkeit, es jederzeit direkt aus der Leitung trinken zu können, sind ein Privileg.